Golf. Wer locht schneller ein? Ihr benötigt Tafel, Golfplatz, ein großer und ein kleiner Kunststoffchip pro Farbe, den Stoffrasen. Der Moderator nimmt den Zielchip aus der Tafel heraus und legt sie auf den Fußboden. Dann nimmt er das Stück Stoffrasen und legt es in beliebiger Entfernung vom Golfplatz auf dem Fußboden aus. Jeder Spieler nimmt die beiden Chips seiner Farbe. Die Spieler versuchen, ihren Chip mit möglichst wenigen Schlägen auf der Golfplatztafel einzulochen. Wer beginnt, macht als erster seinen Schlag. Er schnippt seinen kleinen Chip mit Hilfe des großen Chips in Richtung Golfplatz. Technik-Tipp? Haltet den großen Chip zwischen Daumen und Zeigefinger. Drückt ihn dann so mit dem Rand auf die Kante des kleinen Chips, dass er springt. Anschließend ist der Gegner in der Reihe, macht seinen Schlag und so weiter. Danach beginnt man immer dort, wo der kleine Chip liegt. Wer mag, darf zum Schlag jeweils den Stoffrasen unter den Chip legen. Es gewinnt derjenige Spieler, der weniger Schläge benötigt, um einzulochen. Als eingelocht gilt der Chip, wenn er in dem Loch der Golfplatztafel liegen bleibt und komplett darin versenkt ist. Die Punktvergabe. Nach jedem Spiel werden die Punkte vergeben. In diesem Fall hat der blaue, der Rabspieler, das Golfen gewonnen. Für das fünfte Spiel erhält er fünf Punkte. Der Rundenanzeiger wird weitergeschoben. Wir kommen zum sechsten Spiel.